Wind ist die Jahrhaut CEO das ist die Ausgabe die sich hier alle und kann keine Fahrzeuge anfordern der Klemme was ist ist ein Flaschen drinsitzt oder so geht trotzdem nicht mach Sachen alter ey hier ist der Hafti weil der sitzt in Lambo und Ferrari, hier fährt ein Lambo rum, das ist Hafti Junge D.J.D.C.U. ist Hafti Hafti a b Haft Baba Haft Haftkleber Haftcreme 4 Raketen im Drift Igor Das ist der aus dem High-Wand Video, der sieht so richtig aus wie so ein Igor oder? Seine Mutter sieht aus wie Igor Ahhhh Kleine Maule was was denn so okay okay er das schon wieder das wieder Haftbefehle Lambo Lambo hui hui ich hole mir der wird richtig katapultiert leck mich am Arsch komm komm jetzt wirds geil jetzt wirds so geil RONNIE Alter ins Wasser naja hier 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 verredet Schweine hier 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 ich hier hier die 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 Minuten lang mit fünf Fahnensternen überlebt. Deine Bestzeit ist 6 Minuten. Oh, du bist eine Maschine, wie geht das denn fast? Ach, scheiße! So, gar kein Action, ey. Letztlich fünf Sterne, ey. Wenn ich nur mit Dreckenschmarad. Was denn was denn hier? He, 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 was, was? Was war das? Was war das? Was war das? So, war mit ihm. Okay. Hast du eh nicht gesehen? Durch die Ninja-Bolle. Ja, doch. Okay. Komm mit. Wir machen uns ein richtiges Mexikon-Mobil. Ah, ich will. Komm jetzt mit, du Depp. Ich will hinten reinparken, ey. Ich will mit dem Motorrad. Ja, klar mit dem Motorrad. Nein, nicht mehr Motorrad. Ich will. Ich hab nein gesagt eben. Überleg dir, was du tust, Alter. Du machst... Okay, 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 okay. Okay. Das will ich jetzt nicht fahren. Ah! Scheiße! Lass dich mal rein. Lass dich mal stehen jetzt. Ja, okay. Du bist gar kein Spaß. Ich wär so geil. Hä, wie ist das passiert? Komm, jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Yeah! 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 Ja! Ja! Du Wichse! Du Wichse! Du Wichse! Mach's nicht kaputt, bitte! Du guckst dir an! Ich werde den traurigen Roddy jetzt sehen! Da steht er! Ich trinke jetzt Bier, weil ich drauf trinke! Ich trinke jetzt Bier, weil ich drauf trinke! Tschüss, Roddy! Babahaft! Der Hurensohn! 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 Kannst du nicht gleich mal ... Du sollst Arbeit und nenn deinem Handy rummachen! Du blitter Wichse! Was ist los mit dir? Arbeit ruf! Du wärst n' geiler Chef ey! Du wärst n' geiler Chef ey! Du wärst n' geiler Chef wenn man ... Ich hab sagt die Arbeit ruft! Das ist gar kein Spaß! Guido ist Vorarbeiter! Guido muss das nicht mehr regeln! Du! Du Wurm! Reparier jetzt diesen ... Gerät. Gut. Weiter machen. Chef trinkt Bier. Ach so. Ach so. Du hast Chef Bier aus der Hand geschmissen. Komm her. Du wohn. Oh nein. Ich bin schon nicht sauer. Chefs Bier aus der Hand geschlagen. Am Freitag vor allem. Schönes Freitag. Ah, war nicht wie. Das ist ein gutes Freitagspier. Mehr. Ich bin hier fertig bin. Und dann knallt. Was ist denn? Komm nur her. Ich bin hier fertig bin. Komm zurück, du Wurm. Was denn? Wurm. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht, Chef. Bleib ruhig. Ich wollte es nicht. Sarsal. Komm zurück. Eine Stunde später. Wurm. Ich seh. Nein. Ich habe getaucht. Wuuuuh. Hast du jetzt davon. Was machst du denn nochmal? Ich hau nicht mehr ab. Beste Clip überhaupt. Was war das geiles. Alter. Das war geil. Das hat so geil ausgesehen. Ich komme runter. Dachten wir, okay, jetzt nicht auf einmal. Tauchst du da auf und schmeißt mich erst mal eine Tage tiefer, ey. Dann tritt er mich zusammen am Boden. Das ist dumm aus. Oh. Wachslos Fahrzeug. Oh, da sieht man gar nicht die Haftbombe zum Glück. Babahaft. Lass die mal in Ruhe schon mal gucken, wie das Ding ist. Komm mal rein. Da geht's voll ab. Lass mich mal hinten drauf sitzen. Wie willst du dich draufsetzen, du Behinderte? Es geht. Mach einfach mal an. Behinderte. Was soll ich anmachen? Ey, dass ich auch da rein kann. Achso, ich, okay, schmulg grad weg vorne, aber geht nicht. Du Behinderte. Behinderte. Was soll ich anmachen? Ey, dass ich auch da rein kann. Achso, ich, okay, schmulg grad weg vorne, aber geht nicht. Ich hab's an. Nicht dein Ernst. Der hat voll die Power in die Kiste. Ja, du kannst nicht abgehen, ey. Achso. Mach's denn locker, Gummer Ronjilch, einfach fest. Kein Problem, Alter. Mit einer Hand, ey. So müssen. Mit einer Hand. Das ist nicht so, nachher mal anrufen. Komm, steu dich demnächst noch mal kurz hin. Jetzt ist mir ein wenig müde, Gott. Ah, okay. Halt die Fresse jetzt, okay? Geil, du hast noch rausgeführt, aber exklusiv. Das hat geil ausgeschrieben. Das ist nicht so, ey. Jetzt ist Bier. Und in der anderen Hand die Knarre. Mein Gott, ist das männlich. Gib mir Bier. Du Spast. Bayerisches Kampfbier. Ausverkauft. Ausverkauft! Bier ist ausverkauft! Das ist terrifying! Ich bin ausgeraumt, ey. Brutale Typ. Das ist schon laser, wie du abgehst. Das ist laser, ey. Wir beide sind in Laserkiste gerade, kann das sein. Ach, Crash gebaut, ey. Boah. Boah, schieß den Platten, ey. Schieß den Platten, dann geht's noch mehr ab, ey. Boah, 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 boah. Wah, boah, boah, boah! Gar war's, du zum Glück. Sechs Minuten, oder? Tell me why? Tja, musst du ja bezahlen, ne? Oh, scheiße, ey. Nichts, hab ich nicht dran gedacht. Ja. Scheiße, ey.